Musik Alles klar, nächster Baum Ist so stupil heute Mann Aber ich denke mal, jetzt haben wir erstmal wieder ein paar Baumstimmen, die wir verwerten können Mein Gott, 20 Baumstimmen oder so Wieviel habe ich da jetzt abgemacht? Kriege ich auch nicht hier gerade meinen Lock oder? Oh, der wollte hoch hinaus Nja Nja Am Arsch Ich dachte schon, ich hätte mich da jetzt festgebackt Das wäre scheiße gewesen Aber noch ein paar Baumstimmen Baumstimmen, ja, Baumstimmen ist richtig Das ist ja praktisch Die rollen alle hier runter Oh, einfach so ein Baumstimmen Juckt uns nicht Ich muss hier nur die Mauer richtig fertig kriegen Ja Guck mal, der kommt jetzt so extra entgegen hier Da muss ich den ja quasi mitnehmen Da muss ich den ja quasi mitnehmen Da muss ich den ja quasi mitnehmen Stein, den nehmen wir auch mit Ich mach jetzt noch einer, den nehmen wir auch mit Ja Ach Quatsch, brauche ich bloß einen noch Zack Ich habe fertig Ich habe fertig Wie siehts aus Erstmal sind sie Zeug Zeug hier wieder weg Aha Sieht geil aus Zumindest kommen sie erstmal nur Hier rein Also hier kommen sie schon mal nicht mehr durch Auch keine Mutanten und so ein Gedöns Kommen sie schon mal nicht durch Muss ich nur noch dort zumachen Dann kommen sie Hier gar nicht mehr ran Und wenn ich das dort weiträumig abschließe Kommen sie von da auch nicht mehr ran Das heißt ich bin absolut Unantastbar Wie Luft und Menschen würde Naja Jetzt muss ich den Den zweiten Ach so eine Dings wollte man ja auch bauen Aber ich weiß ja nicht wo ich So eine Falle aber Wenn ich mich jetzt erstmal abschirme Weitestgehend dann Brauchen wir das nicht Wo ist denn jetzt hier so eine kack Plattform? Da So Jetzt wird's spannend Jetzt muss ich Das treffen Erstmal hier gerade Und Hier gerade Ich glaub das ist Damit hab ich das ganz gut gemacht Äh Brauch ich zwei hoch? Ich glaub schon Ich glaub schon 15 Stück Alles klar Ah hier wurde mal So Äh Lässt du los? Ich denke immer wenn ich Wenn man hier so nach links guckt Oder wenn man da dran steht Und nach links Rechts oder links guckt Da sieht man ähm Die Rüstung und die besteht aus Knochen Ich denke mal ich hab da keine Haut mehr Die bestehen nur noch aus Knochen Sind jetzt welche reingerollt? Ja Ok Wieso hab ich den Stein in der Hand? Ah ich schwere ich hab'n Stein Oder ich mach dich kaputt Ich hab'n Stein ich würde aufpassen So Geil Geil Es reicht Nice one So Ich hoffe das funktioniert jetzt mit dem Mit dem hier Tree Bridge Jawoll Angelpunkt Und Angelpunkt Nice Richtig geil Okay Muss ich mal nur Müß ich mal nur gucken Steine Hä wieso nehm ich denn den Stein immer so auf? Wer macht denn so ne Kacke? Wer soll mir nicht auf den Sack gehen mit seinem Kackstein? So Äh zack Alles klar Dann hätten wir jetzt da so ne Brücke Huah Ähm Dann bauen wir Hier kann man ja durchgehen ne Dann müssen wir Woh oder Übel Wo ist jetzt hier diese Verteidigung? Wo ist jetzt hier diese Verteidigung? Defense Building Structures Structures Defense Structures Da bauen wir jetzt hier wieder so ne Wand hin Bisschen in den Fels hinein Zack Ah jetzt geht die da durch Ah ne das gefällt mir nicht so Arm Arsch Jetzt hat er das weg gemacht Oh Na Moment Defense Da müssen wir das wohl Hier hin bauen Noch mehr Grabschen Bisschen 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 Ups, spart uns auch ein bisschen Arbeit, von wegen Ausbau und so, dann bauen wir jetzt hier nur so eine Teile hin, nur solche. E platzieren, E und nochmal. Also hier dürfte dann nur wirklich keiner mehr durchkommen. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr geil. Hui, und weiter Bäume fällen. Und Stiggy sammeln. Ach, geh mal doch nicht auf den Sack mit deiner Scheiß. Ey, mach das kaputt. Ah, die Sonne geht ja bald wieder unter. Jetzt fälle ich nicht so viele Bäume. Vielleicht mache ich noch... Vielleicht mache ich noch den... Dings hier, diese Hängebrücke, aber die anderen werde ich jetzt an dem heutigen DeForest Tag nicht mehr schaffen. Ey, komm. Jetzt, ja. Oh, hier. Oh, hallo, Baum, ja. Genau, die ich will nicht haben. Jetzt mal alles andere um den Baum drum herum kaputt. Oh, ist aber so. Jawohl. Der fällt richtig gut. Ups. Ist immer cool, wenn man so auf was anderes schlägt, aber man macht direkt was anderes, irgendwas anderes kaputt. Wo fällt der hin? Oh, geil. Geile Animation. Ups. Hier hin, da ist noch einer. Na, jetzt bitte, wenn ich hier den Hinweg hin und herlaufe, hätte ich eigentlich auch gleich da lang gehen können. Aber das wäre ja zu einfach gewesen. Das wäre ja zu einfach. Ja, mal. Sieht ihr, was ich meine mit den Knochen? Das schaffen wir heute noch. Ach, das geht von da. Ich dachte gerade, die gehen da irgendwie nicht rein. Ne? 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 Hallo? Hä? Willst du mich verarschen? Alter. Hä, war ich jetzt dumm oder das Spiel? Wahrscheinlich ich. Oh, die so schöne, viele Steine. Ich will die Steine haben. Ich brauche unbedingt immer so einen Stein vor Ort. Äh, bauen wir uns jetzt mal... Ach, guck mal an, hier liegt sogar noch einer. Dann hauen wir jetzt mal die Bäumchen hier kaputt. Ausbau ist noch da. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir am heutigen Gefausttag noch. Let's go. Los! Muss ich mich selber anfeuern, ja. Oh, was haben wir hier? Irgendwas zum Einsammeln? Oh, ich hab Hunger. Hunger. Hunger hab ich. So, vielleicht mal zwei Fliegen mit einer Klippe geschlagen. Wird's gesnackt. Ey, was ist die Ausdauer? Was ist denn das? Mano. Aber hat noch gereicht. Oh, der fällt schlecht. Der fällt schlecht. Okay, noch alles gut gegangen. Ist noch alles gut gegangen. Nicht, dass hier meine schöne Plattform was abbekommt. Die schöne neue Plattform. Ach, ich kann ja keine einsammeln. Leih. 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 Ähm. Bauen wir hier weiter. Muss unbedingt die Sticks dann hier abholen. Oh, dieses Knarzen, wa? Das ist unglaublich. Der fällt nach vorne. Hups. Machen wir die auch gleich noch kaputt. Ja. Jetzt ziehen wir hier hin. Steine. 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 Keine gar nicht mehr aufnehmen. Müsste sich noch so eine Erweiterung bauen, basteln können, wie bei Skyrim. Das habe ich auch schon mal erzählt. Das habe ich schon mal gesagt. Das weiß ich. Hm. Und. Fertig. Fertig. Geil. Wer lagen da oben? Welche? Zack. Ey. Muck nicht rum. Irgendwo Baumstimme. Es scheint, als wäre die nicht so. Dann muss ich jetzt erstmal die Sticks wegbringen. Beziehungsweise irgendwie verbauen. Und die Rocks auch. Alter, die CD, die da mal hängt, wa? Wo gibt's das? Rocker oder hier. Bau mal direkt so einen hin. Alter, das war ja Sturzflug, Junge. Gebt bei dir ab. Was ist das? Ach, Small General Meat. Ich ziehe direkt nicht jedes Mal, auch wenn ich hier lang gehe. Die Steine spawnen irgendwie immer an derselben Stelle, kann das sein. Das ist bestimmt so. Hey. Aha, Vogel, habt ihr hier erwischt? Du konntest dagegen nichts tun, boon. Ah, läuft. Äh. Packt der da durch die Wand. Ups. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle wieder einmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Checkt auf jeden Fall mal unseren Kanal aus. Lasst einen Daumen da. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es bleiben. Wenn nicht. Oh, cool. Wird das Feuer jetzt sogar immer größer? Das ist ja auch geil. Auf jeden Fall gehen wir jetzt noch einmal hier unseren Weg entlang. Oh, ist das cool. Da habe ich mir was richtig Geiles einfallen lassen. Jetzt muss man nur noch irgendwie eine Treppe da hoch kriegen. Oder ob man das da auch dran machen kann. Hier ein Angelpunkt und da hoch. Hm, man weiß es nicht. Ein Mysterium. Wir werden es in der nächsten Folge definitiv klären. Hau rein. Bis zum nächsten Mal.